Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Skin Gameplays bei uns auf unserem Kanal sofort und gleich. Ja, wir haben den Fenix gefunden, zweimal sogar gleich noch. Und würde mal sagen, wir fangen mal mit dem Gameplay von diesem Spiel hier an. Und gucken wir mal, wie das aussieht. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item-Club unten rechts in der Ecke auf Supporter Creator. Klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator Code neu antragen müsst. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, das wird jetzt relativ interessant. Gucken wir mal hier rein bei ihm. Ja, lass uns mal laufen. So, da läuft einer. So, jetzt ziehen wir mal auf den. Und einmal vorbei. Und zweimal vorbei. Und dreimal vorbei. Aber mit der Pump schaffen wir es, ne? Mit der Combat. Jo, das war sein erster Kill. Und auch der einzige Kill. Und da wird getanzt. Ja, und hier haben wir den zweiten Spieler davon. Gucken wir mal. Ja. Er landet, macht gleich den Kill. Wenn der Fuchs hier was trinkt. Warte, das ist alles mit. Okay. Auch auf die Distanz. Ah, hat auch nie. Eine Shotgun. Okay. Okay. Ah, einfach mal werfen. Ah, jetzt ist sogar jemand da. Und da ist er erledigt worden. Nein, er spielt jetzt nicht wirklich mit dem Roboter. Er spielt mit dem Roboter. Ja, so sieht er dann in dem Roboter aus, ne? Ja, wenn euch das heutige Gameplay-Video gefallen hat, dann lasst mal bitte einen Daumen da oben. Da schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Skin Gameplay ist mit mir der Mann gleich. Schaut rein. Macht's gut. Bis dann und tschüss.